Troxanas Ostseg sei dreimal so die Weikönigin zu gehen. Noch vier Jahre ist eine Weikprinzessin assidendlich soweit. Und nach draußen an Weihfest hat Troxana so eine neue Weikönigin gekriegt. Vorbereitungen für den grossen Moment laufen auf Hechtouren. Neben meiner Schule muss ich einfach noch probieren. Auf der ersten Stelle natürlich die Prinzessin sein. Ich möchte das ein paar Jahre gerne machen. Und auch demnächst die Weikönigin. Heute Weissgro, ohne Kommentar, ohne Filter. Ein Sonntag von halb 7 Uhr, heim auf RTL.